Vielleicht auch was Vernünftiges. Also ich kenne die Lieder überhaupt gar nicht. Ich höre die jetzt zum ersten Mal gerade. Und die sind wohl alle aus YouTube, soweit ich weiß. Aber ob die wirklich so gefeiert werden, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Leider nicht. Ja das ist besser, ich weiß gar nicht. Alles ok. Eieieiei. War schon interessant ey. Und auf sowas, so 465, da sind wir damals aufgegangen. Nicht hier so Bettgeschichten. Ja. 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 in den Anfängen. Wow, wie diese Kragenfeuer, ne? Super. Ah jo, Mufu-Bar, die gab's ja auch noch. Das war auch sehr schön. Hat man noch Zeit, ne? Komm nächstes Jahr wieder, diese 90er Party übrigens. Überlegend hinzufahren. Ja, dann essen wir. Viel Spaß. Mal fix essen, schon mal ein Maggi fix oder so, ne? So. Boah, die ist so entspannt, diese Map, ey. Kann man eigentlich nur so zwei Tüme bauen und dann einfach nur mal sich nach hinten legen, ey. Na gut. Für so einen Fallabend ist das schon mal, ne? Warabend, war der Tüme. Ich hab deinen Hünü, Du bist so ein Fisch im Bett. Du bist so ein Fisch im Bett? Das ist das Fisch im Bett. Dass du es so ein Fisch im Bett. du bist so ein Fisch im Bett. Vielen Dank. 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 So. So. Okay. Läuft. Ja. Ja, jetzt kommen gleich die kleinen Zwerge oder was das ist. King Tower, was hat denn der von King Tower 2, da hat ja alles da stehen, dafür hat er den schon ausgebaut, hm, ok, der Slow Tower, der ist schon ganz gut, was ist das doof, ich muss mal meine Boxen wieder anschließen, ich hab die mir gerade rausgerupft. Ist das überhaupt was an? Ich hab nichts. Moment Wie sieht's denn aus? Ah, gut. Läuft. Nicht ganz so gut, aber eigentlich schon. Läuft ganz gut. Wie oft hab ich das jetzt schon gesagt? Keine Ahnung. Aber jetzt doch, dass das stimmt. Kann man die eben ausbauen, ey. Oder? Ne, da fehlt mir noch ein bisschen was zu. So, ich bin nur wieder da. 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 Marcel stimmt jetzt nicht. So, ich bin nur wieder da. So, ich bin immer wieder da. So, da bin ich da. Damage, so. Als nächstes müssen wir den hier, oder? Den? Eigentlich egal. So. Was macht Mucke? Nix? Doch. Okay. Okay. 2.000, 5.000. 15.000. Gut. Ah. Schneider gegangen? Nö. Boah, da. Lina, nein. Geil. Alles klar, wenn jemand alles durchlässt, merk. So abstaubar. So. Oh, man sieht das gar nicht. Sorry. Wo macht man das denn nicht? So, besser. So. Besser. Ich kann das auch machen. Warum eigentlich nicht, ne? so. So. Nochmal 30. Ja. Was kommt denn da jetzt alles hoch noch? Okay. 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 Ja, der Multitower. Den brauche ich. Okay. Oder? Es kommen die Mammuts. Jawohl. Du hast pudel. Unbekannteig. Du hast wieder hier. Ich bin der Abstand. Du hast ihn gedreht. Du hast ihn. Dann wird es die Mammut im Gammut. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Abstauber! Was geht so los? Ok Was können wir denn noch gebrauchen? Darf haben wir jetzt genug? Den hier noch. Komm Noch irgendwas? Oh ja Jetzt haben wir ein bisschen Geld Dann nehmen wir den hier hin Da haben wir grün Sehr gut Hier kann aber nicht mehr viel passieren ey. Jetzt haben wir noch so genug Geld. Ist er gegangen? Nö. 30. Das ist der Wave. Gut. Das haben wir hier jetzt alle gebaut. Ach der hat das gleiche gemacht, was ich jetzt vor habe. Ja. Ok der lässt alle durch. Also fast. Ok. Ja. 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 Geld. Was ist mit dem hier? So, der hat hinten gebaut. Auch schön. Der hat nichts anderes gebaut. Was sagt ihr das denn? 12.000 Na, die können alle das Spiel. Ich bin jetzt mal auf Platz 2. Ne, Platz 3 nur. Na ja, gut. Ist okay. PANDA BÄRN. Ich glaube, es ist auch mal das sein soll. Was geht hier ab? Pink Upgrade. Ja. Kann man machen. Ich hab die Befürchtung gleich gelangt. Endbossen? Ach ne, da passiert nichts. Großartig. Immer noch PANDA. Oh, da kommt ein Boss. Die werden wir sofort sterben. Dossiert die nicht. Jo. Alles abgraden. Schön. Ja. 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 Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Dann. Noch eine Wave danach, dann ist das vorbei. Wieder ein Versterbender. Lass dir was durch. Was ist denn da? Der Brügelgelbe 5000, hä? So. Tuckies. Na gut, damit wir es gleich beschleunigen. Dann bauen wir noch einen Spezialturm. Du hast zurück. Beide. 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 Beide die Vision. Beide. 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 Beide am Ende. Ja, die ist auch sehr einfach. Aber man fängt ja immer kleiner. Ja, die sind auch sehr einfach. Ja, das ist dann ein Stumpel. Na gut, das war es dann. Na ja, vielleicht geht es gar nicht wieder richtig. Wenn alles weggeballert wurde. Ich habe 6.000 Kills. Da beschweren die sich das vielleicht... Hm. Soll ich schon durch? Aber nicht so. Warum nicht schon durch? Das heißt, die anderen sind schlecht. Danke für die Geduld. Hm. Ja gut. Weil er so schlecht ist und so. Ja gut. So schlecht war er jetzt nicht. Hm. Hm. Einmal völliger L-Lexier. Aber. Ja gut. Aber. Hm. Wie ist das denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ja gut. Wo bin ich denn? Ja gut. Ja gut.